Ah, komm, nein, oh, jetzt schiebt er mich da weg in der letzten... Ich glaub das einfach nicht, ich hab immer so viel Pech. Ach, komm, ey, ja, ich bleib stehen, passt schon. Ist doch egal. Ey, das ist echt so ein... Was soll ich da noch zu sagen? Das Spiel ist... Geil! Oh, Leute, meine Nase juckt. Hilfe! Boah, die juckt so der, aber das glaubt kein Mensch. Seminator, ey, der geht mir jetzt ein bisschen auf den Nerven hier, weil der in einer Tour erster ist und gewinnt. Oh, der blaue, der blaue. Und heute fahr ich sogar... Oh, nicht verkack den Start. Und ich bin raus. Die Verbindung zu anderen Spielern wurde getrennt. Ist gut. Okay. Ist gut, und nächster Versuch. Oh, fuck, Mann, was mach ich denn da? Jetzt fahr die Abkürzung, scheiße. Wie, komm schon mal, Abkürzung? Ja, ich hab da gerade... Oh, der blaue hätte ein bisschen eher kommen sollen. Oh, fuck, nichts bekommen. Hm. Tja, ich werde diese Strecke nicht trocken. Wer hätte das gedacht? Mit Ed Erdogan aus Italien. Wat? Anni aus der Schweiz. Und B.T. Gary aus Deutschland. Bei mir steht aber nicht, dass ich aus Deutschland komme oder so, ne? Nein, nein, bei Strecke... Oh, das liegt an dir. Das liegt nicht an dir. Das ist auch nicht zu ertragen für die Zuschauer. Das ist nicht zu ertragen. Und was machst du denn? Oh, Leute. Oh, ich fahr voll in den Grün rein. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Denken wir... Oh, ausweichen. Und was mach ich? Nichts. Nichts. Gar nichts. Das kann man, glaub ich, so sagen. Ach so, deswegen bin ich schon wieder letzter. Nein! Oh, ich... Nein, 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 nein. Jetzt fährt der Junge falsch rum hier. Ich glaub das nicht. Nein! Oh, okay. Ne, ist eigentlich super. Die Runde ist für mich vorbei, glaube ich. Oder? Das ist das Beste, was passieren konnte. Das ist das Beste, was passieren konnte. Das ist das Beste, was passieren konnte. Goldpils, 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 Goldpils. Da ziehe ich vorbei. Oh, ja. Wunderbar, wunderbar. Und an dem auch noch. Nein, 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 nein. Ach, schade. Vor allen Dingen, da will ich es mal nicht... Ach, nö. So, ein Pack... Oh, ist weg. Wolk ist weg. Nein! Nein, oh, Taro, Alter. Das... Ah! Vielleicht solltest du es dann mal machen. Ja, das ist so zeitintensiv, ne? Ach so, aber stundenlang Let's Plays gucken können. Das ist halt das Problem. Deswegen hab ich so wenig Zeit. Ach so. Ich glaub, wir müssten mal für einen Tag deine Internetverbindung trennen. Ja, das... Dachte ich mir auch mal, dass das klappen würde. Aber das klappt nicht. Dann fahr ich nämlich nach Hause, sozusagen. Und guck da. Ich bin grad hinter dir. Ja, ja, ja. Oh Gott, war das knapp. Nein! Das hat geklappt. Nein! Oh, mach mich nicht platt. Komm, lass mich... In Ruhe. Ach, was... Was machst du da? Was... Was machst du da? Willst du das mal erklären? Erklärst du mir das erst? Das erklären wir jetzt mal. Ich möchte eine Antwort darauf haben. Komm, haben wir. Yay. Komm, jetzt fahren wir 30 Sekunden und dann schlurzt es ab. Wäre länger. Okay, Leute. Vierter Versuch. Schauen wir mal. Nummer vier. Ich rechne damit, dass es in zwei, drei Sekunden gleich abstürzt nach dem Start. Spätestens. Bis gleich, Leute. Und? Ich fahr ein Stück, ich fahr ein Stück, ich fahr ein Stück, ich fahr ein Stück. Ich fahr... Fünfter nur. Und daraus hab ich auch noch mitgenommen. So. Fünfter. Das könnte jetzt ein Problem werden. Damit hast du leider deine Position verloren. Hab ich? Ne, hab ich nicht. Ja. Hab ich nicht. Was? Ah, Emi, Mann. Ich bin zweiter Platz, da gibt's nichts zu meckern. Aber ich fahr auf wie ein junger Gott. Jetzt nicht mehr. Scheiß. Scheiße. Nimm das. Oh nein. Das war übrigens meiner. Wie kann das denn? Du warst doch gar nicht dritter, oder? Ich bin letzter. Wie kannst du... Ach so. Ach so, ich dachte, du meinst nur roten. Weil ein roter hat mich nämlich auch noch danach getroffen. Ach, sehr gut. Da dachte ich schon. Ja, was denn? Zweistellig! Wie geht die hin? Sven, du bist zweistellig! So drei Parts Mario Kart Wii aufnehmen ist immer so anstrengend. Da fühl ich mich echt wie Geräder und will einfach nur nach Hause. Hast wirklich so das Gefühl, du willst nach Hause, ey. Lass mich doch gehen. Lass mich doch gehen. Dritter Versuch. Ich halt mal einfach die Klappe und wir schauen, was passiert. Genau. Dafür lau aber ich jetzt mal eine Weile. Hallo! Okay. Ich bin wieder draußen. Ich auch. Ich hab... Ich bin Zweiter im Team. Wir haben um einen Punkt gewonnen. Ich bin Zweiter... Oh, das war ja doch noch ganz schön eng. Ich hab jetzt gedacht, das wäre eindeutig. So, Leute. Nach dem Fail von gerade sind wir wieder da. Und was ein Zufall. Wieder auf Marios Piste 3. Aber diesmal mit einem Team Grand Prix. Genau. Und wir sind in getrennten Teams. Das ist mal richtig geil. Denn jetzt kann ich Elbe Mirai richtig ausprobieren. Oh. Wir haben nur getrennt. Ey, das gibt's doch nicht. War das jetzt gut? Das Lachen lass ich auch trennen. Ja, Leute, ne? Wir versuchen's nochmal. Okay, das war jetzt eine tolle Kombo. Zwei Sterne und... Nein! Ja! Ja! Ich fahr in das letzte Loch vom Ziel. Ich hab dich. Äh, aber gut. Soll passen. Ach, der kommt. Wieder einen guten alten Steuerungs-Fail gehabt. Aber da ist noch jemand hinter mir. Da ist noch jemand hinter mir. Der könnte mich noch kriegen. Kriegt er aber nicht. Ja, das sieht nicht schlecht aus für dich. 69, 119. Damit verabschiedet sich Team Blau, das Gewinnerteam. Und Team Rot sollte vor Schande im Boden versinken. Und sich im nächsten Part lieber nicht blicken lassen. Wir sehen uns dann. Ciao.